Hallo Damen und Herren, habt ihr meinen Bär gesehen, Crownie? Vielleicht finden Sie ihn in dem nächsten Counter-Strike-Video. Schau ein Like! Da war eben ein 700-Lecker-Dollar-Pot. Und wir werden natürlich auch ein bisschen Community-Roll-Ballern. 130 Dollar haben wir aktuell drauf. Den Chris haben wir auch mit dabei. Yo, so sieht's aus. Was gibt's denn hier für einen Coin-Flip? Ist eher nicht so interessant. Nee, komm, jetzt machen wir mal 10 Dollar. Wodrauf? Sag schnell, sag schnell, sag schnell. Was? Sind wir auf grün, Alter? Ich hab einfach nur geguckt nach den Dingern. Ich hab nur auf die Farben geguckt. Uh, aber wenn wir das treffen. Nee, das wird nix, oder? Nee, das wird auf jeden Fall nix. Also ich hab blau gesagt. Keine Ahnung, warum wir auf grün gehen. Ja. Ha, wir werden das grün eh nie treffen. Das ist halt das Problem. Wollen wir nochmal 10 Dollar auf grün und 20 Dollar wo drauf? Blau oder rot? Rot. Okay, hoffen wir mal auf rot. Oh Mann, da ist so ein Blautrain. Fünfmal in Folge. So geht's nicht. Das stimmt. Weh, wir gehen jetzt Bruch, indem wir auf rot belieben, Alter. Hier kommt die ganze Zeit blau, 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 blau. Gibt's ja eigentlich keinen Sound. Nee, hier dreht sich irgendwie alles. Aber kein Sound ist da. Komm ey, jetzt mach keinen Scheiß. Das sieht gut aus. Gut, haben wir auf jeden Fall rot. Jetzt sind wir wieder bei plus minus 0. Ich würde sagen, wir machen 20 Dollar weiter. Und hoffen, dass wir auf 200 kommen. Und dann machen wir noch ein paar Checkpouts, ein paar leckere. Weil ich die Farbe. Ich würde sagen, wieder rot. Wieder rot, okay. Wenn ich Green Hunt mache, verliere ich eigentlich immer. Immer, immer, immer. 9 von 10 Mal auf jeden Fall. Ja, Charlo ist ja leider ein anderes Kaliber. Der trifft es irgendwie immer. Keine Ahnung warum. Aber bei uns ist das nicht der Fall. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Schon wieder blau. Ay caramba. Ay caramba. Wir müssen jetzt eigentlich mit, wollen wir mit rot weitermachen? Oder was ist der Plan? Ja, weiß ich nicht. Ah, schwierige Nummer. Schwierige Nummer. Ich würde sagen, wir machen einmal 40 Dollar auf. Oh Mann, blau. Auf blau, sicher? Okay, Chris hat blau gesagt, Mates. Chris hat blau gesagt, Mates. Komm, 40 Dollar. Mach keinen Scheiß jetzt. Gib doch mir jetzt ein Blau. Und das sieht gar nicht gut aus, oder? Doch, 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 doch. Oh, oh, ja. Wie knapp, Alter. Guck mal, wie knapp. Wäre diese Zahl dann noch ein bisschen unten gewesen. Uiuiuiuiui. Knappe Nummer. 150 Zoll haben wir ja am Start. Da schmeißen wir doch direkt mal einen leckeren Checkpot zwischen rein. Oh, da geht sogar was. Gucken wir mal natürlich. Hier wird deposeded. Wollen wir da ein leckeres Messer reinschmeißen, dass die Leute hier ein bisschen reingebated sind? Ja, es sind nur noch 20 Sekunden. Also wenn dann eh in den nächsten Pot. Ja, ja, in den nächsten Pot. Würde ich sagen, wir haben mal einen leckeren 82 Dollar Skin. Die guten Shadow Deggers, Anal Blugs. Die werden da einfach mal reingeprügelt. Da sollte was gehen in den nächsten Pot, oder? Wenn die ersten Messer direkt 82 Dollar kosten und es relativ leckere Messer sind. Also Vanillaskins sind immer relativ beliebt. Oh, auch jetzt 200 Dollar Pot. Ja, da geht was. Da geht, glaube ich, gleich was. Ich glaube, da geht gleich was. So. Oh, wir werden hier angehandelt von Easy Ninja Turtle mit einem neuen Logo. Wird da eventuell das Design geändert? Ja, gut. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Ja, wir werden es sehen auf jeden Fall. Da sind sie auch direkt drin. Oh, da kommt direkt einer rein mit 9,40 Dollar. Mit einem lecker Key. Oh Mann, der wird abgezogen, sollte ich den gewinnen. Hallo, wir sind hier bei 35 Sekunden, bei 30 Sekunden und es ist immer nur noch 9 Dollar. 16 Dollar kommen noch dazu. Komm, ich will doch hier was Fettes. Hier war doch eben ein 200 Dollar Pot, 130 Dollar Pot, 100 Dollar Pot. Davor war ein 400 Dollar Pot. Oh Gott, solche Pot wollen wir doch hier. Das ist alles ohne dich. Aber ich glaube, ich möchte das schreckt hier ab. Das kann wirklich sein. Oder es kommt jetzt... Oh, da kommt noch mal leckeres Godknife Blue Steel mit dazu. Das ist schon mal lecker. Oh, oh. Oh Gott. 280 Dollar. Komm. Bitte. Habe ich den? Ja. Haben wir. Dü, 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 dü. Haben wir. Ha, 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 ha. Dü, 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 dü. Oh, lecker. Ja, krass. Ui, 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 ui. 30%ig. Easy. Haha. 30%? Easy gesnackt. Ich glaube, da machen wir direkt nochmal einen. Da machen wir direkt nochmal einen. Äh, den Hellraiser, den habe ich gezogen. Ai, ai, ai. Oh Mann. Die Scheiße brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Ja, ich will hier mal ein bisschen aussortieren, so. Die Zirka brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Was brauchen wir hier denn noch nicht? Du hast sehr viele Musik-Kids. Ja, aber ich weiß nicht, welches meins ist. Deswegen lasse ich dir lieber mal die Finger vorne. Oh, die lässt du alle drin. Na gut, reicht der erstmal nur zum Anfuttern. Oh, okay. Oh, da haben wir jetzt auf jeden Fall 100 Dollar. 100 Dollar gehen dann nochmal rein in den nächsten Pott. Hoffentlich wird es nochmal direkt. Auch wenn du den verlierst, hast du immer noch 100 Dollar Profit. Ja, auch wenn ich den verliere, habe ich immer noch 100 Dollar Profit. Dann können wir hier noch ein bisschen Community Roll weitermachen. Das ist, denke ich, auch der letzte Pott. Wenn wir den gewinnen, dann wäre er natürlich ultra heftig. Dann hätten wir heftigen Profit. Und wenn wir den verlieren, ja gut, dann haben wir immer noch 100 Dollar plus gemacht beim Checkpott. Das heißt, wir können beim Community Roll maximal 30 Dollar verlieren, weil wir da mit 130 angefangen haben. Und jetzt nehmen wir hier mal die ganzen Sachen an. Ist der Key da? Oh, der Key ist da. Oh, die Keys sind da. Ja, und zwei neue Messer hier am Start. Ein gutes Safari-Mesh und ein Plus-Deal. Kommt zu Papi. Ich finde, die Zeit da ist auch echt einen Ticken langer, Alter. Also, Arterblüben. Finde ich schon gut, 130. Crony will mit 500, weil machst du mit? Erstmal auf den deinem Profil gucken. Ob der auch zu viel hat. Ja, erst mal gucken. Nee, der hat keine 500. Ich? Nee. Sicher? Oder? Hast du einen 50, 100, 200, 300, 400? Oder doch, hat er. Würde er zusammenkriegen. Wer aber ein ziemliches All-In. Nee, nee. Der sollte auch nicht All-In gehen. Der hat ja eigentlich relativ schönes Gins drin, ja. Also, bin ich der Meinung, sollte er behalten. Der hat ja ein schönes Messer, schöne AK. Noch eine schöne AK. Ja, aber er kann ja nur ein AK spielen. Richtig. Also, ein paar Sachen könnte er vergämeln. Aber der hat ja ein relativ schönes Play-Inventory. Würde ich nicht All-In gehen, wäre ich seine Stelle. Das wäre ziemlich stupid. Ich stachel ihn mal an. Los, Murphy. Oh, der Chris ist ja gemein. Der Bait. Oh, 25 Dollar. Oh, 25. Was ist das denn? Also, erst hier. Erst hier. Oh, Alter. Oh, je, 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 je. Oh, je, je, je. Blau, blau, blau. Komm, jetzt noch mal ein schmeckeres Early-Ticket. Komm. Nein, wir sind down. Scheiße. Scheiße, Mann. 100 Dollar verloren. Ei, 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 ei. Der Potter Forward 270. Womit ist er nicht reingegangen, Alter? Ein Item, 186 Dollar. Heilige Kacke. Butterfly, Blue Steel, StatTrak oder sowas. Ja, gut. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall noch 100 Dollar im Plus beim Checkpoint. Das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir, ob wir hier noch ein bisschen Plus rauskriegen. Das wäre natürlich geil. Komm, wenn wir hier noch auf 200 kommen, dann hätten wir hier auch noch 70 Plus. Dann hätten wir 170 Plus. Das wäre krass. Was machen wir? Welche Farbe? Komm, eine Farbe 50. Oh, blau. Blau. Okay. 50 Dollar auf blau. Und dann lassen wir uns hoffentlich was leckeres auszahlen. Komm, mach keinen Scheiß. So eine leckere 53 bis 99, das wäre nice. Komm schon. Es kommt grün. Ich sehe es, komm. Bitte, komm. Komm, mach keinen Scheiß. Oh, nee. Fuck, es sieht ganz schlecht aus. Nee, es sieht ganz schlecht aus. Hätte eine 6 kommen müssen, scheiße. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Was haben die hier überhaupt im Checkpoint, beziehungsweise im Markt? Das wollen wir uns dann da auszahlen. Das ist auch nicht so lecker. Ja, 600 Dollar werden wir wahrscheinlich kriegen, oder? Das wäre 100 Dollar. Was ist denn das M9 in Damaskus? Welcher Zustand? Alles klar. Hier so ein Huntsman, 122 Dollar. Ja, das Huntsman wäre so das Einzige noch. Ja, das wäre echt cool. Das hatten wir sogar gerade. Scheiße, komm, wir brauchen hier. Komm, wir brauchen hier. 25 Dollar. Da hat man 125. Dann hätten wir 100 plus insgesamt in dem Video. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Der jetzt blau. Jetzt blau, ja. Komm, bitte. Komm, bitte. Wir brauchen 100. 120 für das Huntsman. Dann können wir uns das auszahlen lassen. Dann haben wir 100 Dollar effektiv plus gemacht hier in dem Video. Das wäre geil. Das wäre absolut geil. Komm, bitte. Jetzt ein schönes blau. Ah, wir waren gerade schon bei 150. Hätten wir uns da direkt das Huntsman rausholen sollen. Aber man will halt immer noch ein Ticken mehr. Man hätte da vorrein gucken sollen. Komm, jetzt. Mach keinen Scheiß. Halt. Nein. Was? Das ist der letzte Roll. Oh mein Gott. Ich wäre sogar Under gewesen, oder? Was? Nein. Ach, nee. Das ist 0,1. Ja, scheiße. Kacke. Noch mal 25 würde ich sagen. Nee, wir müssen jetzt schon 50 machen. Ich will ja auch 125 kommen. Komm, das macht keinen Scheiß. Wenn ja die Sache ist, dann hättest du auch all in gehen können. Weil wenn du das jetzt verlierst, um mit 25 wieder hochzukommen. Ja, das verlieren gehen wir noch zweimal mit 10 auf grün. Ich will das Huntsman da jetzt haben. Komm schon. Mach keinen Scheiß. Grün kommt eh nicht. Kacke. Ansonsten hätten wir jetzt, wenn wir alles verlieren, haben wir minus 30. Halt. Das sollte aber überwerben. Ja. Sehr schön. Haben wir im Sack. Holen wir uns das Huntsman noch lecker raus. So. Komm her zu mir. Und dann haben wir hier. Und Under-Ler Plus gemacht. Ist das instant da? Raufgeklickt? Ja, ja. Zack. Was ist das denn? Du klickst drauf und ich weiß nicht. Das ist echt krass, ja. Ja, krass. Das ist echt krass. Nice. Wir haben 100 Dollar Plus gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass einen Daumen nach oben da. Ich sag, es war da mein Shop beim Grüß vorbei. Der macht auch noch ab und zu ein paar Videos. Und Schlusswort geht auch an den Schläge. Ja, haut rein, boys. Und grüß die Mutti.